Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie ein Videos über Antriebe. Wir sprechen über Elektrotechnik, elektrische Antriebe also. Nun, wir haben in den letzten Serien ein Video, das haben wir viel gehört, über Gleichstau-Maschinen, Nass-Synchrom-Maschinen, Synchrom-Maschinen und so weiter. Ich sage einmal, wir als Maschinenbauer werden mit der Erzeugung von elektrischer Energie relativ wenig zu tun haben. Obwohl so Generatoren doch große Maschinen sind und da braucht man schon Maschinenbauer dazu, dass man die zusammenbaut und so weiter, dass das vernünftig gelagert ist. Wie alles ist es immer ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Disziplinen. Aber der Hauptanwendungspunkt für uns werden wohl die Antriebe sein, also als Motor, die Maschinen als Motor zu verwenden. Und deswegen fokussieren wir uns da eben jetzt auf Antriebe. Und ja, nachdem wir ja so viele verschiedene Sachen gehört haben, kann man sich sagen, wie würde denn jetzt was aus? Ich meine, es gibt, dadurch, dass es Elektromotore schon so lange gibt, gibt es eine unglaubliche Vielzahl. Vielleicht nicht wie Sander mehr, aber eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichen Baugrößen, Bauformen und wo es jetzt ist. Schauen wir uns das gemeinsam an. Zuerst werden wir ein bisschen über Grundbegriffe reden. Heute sprechen wir über den Wirkungsgrad. Also den Wirkungsgrad eines Motors. Wir haben also irgendwo einen Motor. Da ist der Motor, der soll was antreiben. Und dieser Motor bekommt zugeführt eine gewisse Menge an Energie. Oder sagen wir, der soll was antreiben. Da hinten gibt es eine Leistung, der muss eine Leistung angeben. Das ist die abgeführte Leistung, P ab. Und das ist üblicherweise mechanisch. Oder soll der Motor sonst zwei Leistungen angeben? Hitze. Da kommen wir gleich dazu. Dann gibt es zugeführte Leistung. Ist da. Pack, pack. Zugeführte Leistung. Die ist bei uns elektrisch. Es gibt zugeführte Leistung. Es gibt abgeführte Leistung. Und jetzt erst habe ich schon gesagt, was soll der Motor noch für eine Leistung abgeben? Wärme. Sicher macht er das. Es ist nämlich, die zugeführte elektrische Leistung ist größer für die abgeführte elektrische Leistung. Und es geht dann nur ein Teil heraus aus dem Motor. Der wird eben abgeführt. Das ist die Verlustleistung. Verlustleistung. Und zwar, entsprechend der Energiebilanz ist ja die Verlustleistung gleich der zugeführte Leistung minus der abgeführten Leistung. Das heißt, mein PV ist gleich P zu minus P ab. Hundertmal gehört. Wiederholung macht. Nun, üblicherweise gibt man das nicht mit einer Verlustleistung an, sondern üblicherweise sagt man, es gibt einen gewissen Wirkungsgrad. Nennen Sie das? Haben wir wahrscheinlich auch schon gehört. Es gibt einen Wirkungsgrad. Wie ist der definiert? Ich meine, das Formelzeichen ist relativ einfach. Das ist, also, ETA hast du, ETA, das N mit dem langen Ding, das ist ETA. Und zwar ist das die abgeführte Leistung P ab dividiert durch die zugeführte Leistung. Und wir sagen, Watt dividiert durch Watt, was hat die für eine Einheit? Nichts. Ich kann dann nur, muss aber nicht, mal 100% rechnen, dann hat er Prozent das Einheit. Wirkungsgrad heißt das. Das sagt praktisch aus, welcher Anteil der Leistung, die ich zuführe, kann ich auch wieder ernten. Okay. Ich bin überzeugt davon, das ist in praktisch allen technischen Fächern schon einmal gekommen. und, ja, was ist da jetzt? Was ist da neu? Nun, wenn wir sich den Wirkungsgrad von Elektromotor anschauen, da hören wir immer, das ist so gut und das ist ein Wahnsinn und so weiter. Unterschiedlich. unterschiedlich, unterschiedlich, unterschiedlich. Kleinmotore, ich meine, Leistung, also Elektromotore gibt es von so bis und jetzt diese Kleinstmotore, elektrische Kleinstmotore, haben wir Äther, ich meine, das ist nichts, da sind wir, da sind wir irgendwo 10, 20 Prozent, 10, 20 Prozent, Kleinstmotore, ja, und Großmaschinen, Äther bis zu und jetzt kommt 99 Prozent. So viel zum Thema der Elektromotor ist so gut, es gibt eine Spanne, die ist unglaublich, ich meine, zwischen 10 und 19 Prozent ist ein bisschen ein Unterschied, ja, es ist halt immer so, dass man, entsprechend Aufwand betreiben muss, je mehr Aufwand man betreibt, um etwas Verlust ermer hinzubekommen, desto Verlust ermer wird, aber desto mehr kostet es halt auch, ja, das heißt, es gibt, bei Kleinmotoren sagt man, das ist ja eh wurscht, Hauptsache es da ist, es soll sich halt drehen und, 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 das war's, ja, und bei Großmaschinen, da hat man schon immer drauf geschaut, dass das, weil, wenn es zu einer Maschine hast, die halt 5, 6, 7, 8 MW hat, ich meine, die Hitze bringst dir gar nicht mehr weg von dort, da musst du halt schauen, dass das so kühl wie möglich bleibt und da musst du entsprechend aufwand ihn betreiben, so, und was ist jetzt mit dem Bereich, wo man sagt, hm, ja, wo man sich üblicherweise bewegt, ja, also, es gibt Wirkungsgradklassen, es gibt Wirkungsgradklassen, sind da definiert, und zwar sind die für Motore zwischen 0,75 kW und 375 kW, also in dem Bereich, wo man sich üblicherweise bewegt, ja, in dem Bereich sind Klassen definiert, ja, und was gibt es da für Klassen, also wenn wir jetzt da so, zum Beispiel so ein Diagramm aufzeichnen, das ist nämlich natürlich auch wieder nicht so einfach, ja, Diagramm aufzeichnen, und da haben wir die Leistung, ja, da haben wir die Leistung, die ist logarithmisch skalierter, ja, also da haben wir 1000 kW, da haben wir 100, ja, da haben wir 10, da haben wir 1, ja, das heißt 0,75 kW haben wir da irgendwo, ja, und da 375 sind wir halt da irgendwo, ja, da, und da dazwischen sind eben diese Klassen definiert, und wenn ich das jetzt da aufzeichne, da ist der Wirkungsgrad Eta, ja, und sagen wir, da sind 100, 95, 90%, Prozent, 85, 80, 75, 70%, ja, wie schauen diese Wirkungsklassen aus? Nun, die schlechte, die schlechteste Wirkungskrasse ist die IE1, ja, die hat da rund irgendwo angefahren, ja, ist da so nach oben gegangen, und hat da aufgehört, also wenn wir da zum Beispiel, zeichnen wir es ein, da haben wir 95%, 90%, wären sowieso ohnehin nur qualitative Kurven, gell, jetzt nix, wo man sagt, okay, der hat mit der Schuss gehört, das ist in seinem Video eine Skizze, und das gilt für die Ewigkeit, äh, Freihandsskizze, gell, fertig, das ist jetzt hoffentlich eh klar, ja, also das hier ist die IE1-Klasse, die ist jetzt so, geht da nach oben da, irgendwie so, und da geht es jetzt flach weiter, kann man sich vorstellen, und POS hat nicht mehr definiert, ja, IE1, das ist Standardwirkungsgrad, hat das Kassen, Standardwirkungsgrad, der ist eigentlich nicht mehr zulässig, gell, seit, seit, äh, 20, 20, 11, nicht mehr, nicht mehr zulässig, ja, 21, nicht mehr zulässig, so, dann gibt's, den, den, den hoher Wirkungsgradmotor, der hat er da auch gefunden, für die kleinen, ja, ist das aufgegangen irgendwie, ja, und ist der Knob unter 95, da, ist 95 nach oben, so, zack, ja, das ist der IE2 gewesen, ja, hoher Wirkungsgrad, auch den soll man nicht mehr verwenden, oder, mittlerweile, glaube ich, darf man ihn schon nicht mehr verwenden, ist ausgerechnet, ich glaube, 2015, ja, soll man nicht mehr verwenden, dann gibt's den IE3, ja, der war, äh, Premium, Premium, der geht halt da weg, da oben rennen sie dann schon ziemlich zusammen, gell, da sind wir halt da leicht über 95 drüber, Premium Wirkungsgrad, ich schreibe das da vielleicht auch dazu, dann kennt man sich besser aus, IE2, und IE1, ja, und was gibt's noch Premium, ja, super Premium, für den nächsten war's ja nicht, wo man sich dann auch was, äh, super Premium, super Premium, wie gesagt, und der rennt da wirklich schon über 80, über 85 weg, da unten, geht da rauf, da rüben sind wir relativ knapp drüber nochmal, das heißt, bei Großmotoren ist der Unterschied nicht mehr so groß, aber da unten im Übelhinleistungsbereich, IE4, so ähnlich schaut das aus, das ist keine harte Grenze, dass man sagt, der Wirkungsgrad, es kommt auf die Motorengröße an, ja, das ist einfach, man hat halt in große Motore, mehr Platz für irgendwelche Maßnahmen und so weiter, so schaut das aus, also sind die Wirkungsgradklassen, warum ist der Wirkungsgrad jetzt überhaupt wichtig? Verlustwärme, jetzt habe ich zuerst schon gesagt, Wärme, ja, diese Verluste, diese Verlustleistung, die wird da drinnen, was macht die, ja, die macht das Ding warm, die erwärmt es, ja, und, durch die Erwärmung bekommt der Motor eine Übertemperatur, und durch die Übertemperatur kann er Wärme abstrahlen an die Umgebung, okay, das heißt, solange der Motor wärmer ist wie die Umgebung, wird er Wärme abgeben. Wie das ausschaut, mit dieser Leistungsbilanz, und wie dann sich der Motor wärmt, und wie diese Kurven sind, wie er sich erwärmt und so weiter, das werden wir uns im nächsten Video ansehen. Sollte ich das einmal wieder auf die, auf die, wiederholen praktisch, ja, mit den Wirkungsgraden und so weiter, und nächstes Mal sehen wir uns an, die Energiebilanz von so einem Motor. Dann werden wir auch schon sehen, wie er so wird. Für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen.